Das ist für mich Erfolg. Nicht einfach viele CDs verkaufen oder überall bekannt sein. Das ist schön und gut und viele Menschen zu singen. Aber für mich ist Erfolg etwas anderes. Hallo, ich bin John Kelly und ich singe, ich spiele Gitarre, Perkussion, Schlagzeug. Ja, ein bisschen von all around. Sehr emotional, da kommt viel hoch. Es kommt viel, viele Erinnerungen und sowieso, wenn das Motto so anlief, da kommt bei mir so vieles, weil ich habe den Bus sehr viel gefahren und es fühlt sich so ein bisschen zu Hause auch. Meine Mutter sehr in dem Bus. Als sie da war, sie hat immer so Liebe ausgestrahlt. Und das haben auch Menschen, die von draußen kamen, immer so, sie waren angenommen, wie eins mehr. Der Erfolg für mich fing da an und zwar zu Hause. Wir haben jedes Geburtstagsparty, jeder Feier war ein großes Fest. Es war immer dieses, das Leben feiern. Die Liebe meiner Eltern für das Leben und Menschen glücklich zu machen. Und das haben die immer wieder geschafft. Ich frage sehr gerne unsere Fans oder unser Publikum, was hat die Kelly Family für dich gebracht? Erzähl mir, jeder hat eine Geschichte. Und das ist nicht einfach so, das war so ein Hype, so ein Moment, sondern für jeden hat es eine andere Bedeutung gehabt. Und es hat wirklich etwas gegeben. Kraft, auch wenn es nur ein bisschen Kraft. Das ist für mich Erfolg. Nicht einfach viele CDs verkaufen oder überall bekannt sein. Das ist schön und gut und viele Menschen zu singen. Aber für mich ist Erfolg etwas anders. Jemandem etwas zu geben, das bei denen auch etwas bringt, was Gutes. Für mich war dieser Moment sehr emotional und auch innerlich sehr wichtig. Also es war so eine Art Therapie für mich. Unser Publikum dargesehen, ihre Ausstrahlung, ihren Ausdruck in den Augen. Also das war für mich so eine... Ich habe geweint, ich war so glücklich. Zu lange unterwegs mit meinen Geschwistern ist auch nicht gut, weil, ja, die Spannung. Aber es, wie gesagt, ich bin froh, dass ich... Früher waren wir immer zusammen und das war mein Leben. Aber heute bin ich froh, dass ich mein eigenes Leben habe. Und ich habe mein eigenes Leben gebaut. Und die schätze ich sehr und ich fühle mich sehr, sehr glücklich damit. Aber ich schätze beides. Beides, dass ich das erleben darf, wieder darf. Das ist ein Geschenk. Ach, alles Mögliche. Irische Musik, ich habe Rock, Pop. Es gab immer so Phasen. Also es... Ich habe eine ganze Sammlung von CDs. Aber durch meine Frau habe ich das alte Musik entdeckt, sagen wir so tiefer entdeckt. Die kannte ich schon ein bisschen, aber tiefer. Und das ist bei mir so ganz drin gegangen. Die klassische Musik habe ich immer so sehr respektiert. Aber das kam bei mir so später. Es ist wirklich... Es ist von... Hauptsache gut Musik. Kopfhörer, Musik, Telefon mit der Musik ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall wiewhere.